Denkt die amerikanische Regierung wirklich, dass wir alle komplett bescheuert sind und wieder und wieder und wieder auf den gleichen Trick hereinfallen? Glauben die Amerikaner wirklich, dass sie konstruieren können, was sie wollen? Dass sie der Welt vorlügen können, was sie wollen, um in einen Krieg eintreten zu können, sodass das moralisch gerechtfertigt ist? Am gestrigen Donnerstag um 8 Uhr morgens Ortszeit wurden zwei Öltanker im persischen Golf angegriffen. Sie brannten, wurden gelöscht, die Besatzung konnte gerettet werden, es gab keine Verletzten. Trotz der Beschädigung an der Außenhülle und der Brände sanken beide Schiffe nicht, die Besatzungen konnten auch wieder zurückkehren. Erst vor einigen Wochen gab es schon Anschläge auf Öltanker im persischen Golf und damals war die US-Regierung, allen voran John Bolton, sofort dabei, wer ist schuld, natürlich der Iran war es. Und so war es keine große Überraschung für alle politischen Beobachter, dass die Amerikaner, diesmal mit dem Außenminister Pompeo, sofort wussten, wer der Schuldige ist. Ihr ahnt es, der Iran. Der Iran hat alle Anschuldigungen von sich gewiesen. Alle haben gesagt, okay, die Amerikaner sagen schon wieder, es war der Iran, legen aber keinerlei Beweise vor. Von den Briten, den Israelis und den Saudis abgesehen, die sofort gesagt haben, ja, wir glauben den Amerikanern, haben alle anderen in der westlichen Welt gesagt, die Amerikaner mit Beweisen, da gibt es so ein bisschen problematische Geschichte kurz vor Kriegen, wissen wir nicht. Die restliche Welt außerhalb der westlichen Welt sowieso total skeptisch gegenüber den Amerikanern. Dann haben die Amerikaner gedacht, okay, sie brauchen Beweise, kriegen sie Beweise und haben uns folgendes Video vorgelegt. Auf ihrer Webseite schreiben die Amerikaner, dass sie dieses Video um 4 Uhr nachmittags aufgenommen haben. Also 8 Stunden nach den Angriffen auf die beiden Öltanker. Was seht ihr auf dem Video? Ihr seht auf dem Video, extrem verpixelt, ein Schnellboot, welches sich mutmaßlich dem Tanker nähert. Da gibt es ziemlich viele Leute an Deck, richtig viele. Die gucken, laufen so langsam hin und her. Vielleicht hantiert einer von denen an der Stahlhülle des Öltankers herum, vielleicht auch nicht, man kann es kaum erkennen. Dann geht er wieder ein bisschen zurück und dieses Boot fährt wieder davon. Die Amerikaner sagen, das waren die Iraner, ein iranisches Schnellboot der Revolutionsgarden, die, Achtung, eine Haftmine entfernt haben, die nicht explodiert war am Morgen. Nochmal zum Mitschreiben für euch. Acht Stunden nach den Angriffen auf die beiden Öltanker, als die ganze Welt ihre Augen auf die beiden Öltanker gerichtet hat, haben die iranischen Revolutionsgarden gesagt, Mensch, da hätte ja noch eine explodieren sollen. Wir haben nicht aufgepasst, sind nicht alle explodiert, die wir rangebracht haben. Also lass mal schnell noch Ali und Mohammed einpacken, mit dem Schnellboot hinfahren, das mal eben abnehmen vom Öltanker, einpacken und wieder nach Hause fahren. Wie blöd denken die Amerikaner eigentlich, dass wir sind? Für wie naiv halten sie inzwischen die Welt? Also zunächst einmal, warum entfernen die Iraner überhaupt eine Haftmine, weil sie nicht explodiert ist? Um Beweise zu vertuschen und dann am helllichten Tag mit einem iranischen Schnellboot dahin zu fahren, während alle darauf schauen? Zweitens, warum war diese angebliche Haftmine oberhalb der Wasserlinie angebracht? Jeder weiß doch, dass eine Haftmine erst unter Wasser ihre volle Wirkung entfacht und die Schäden sind unter Wasser auch viel schwieriger zu reparieren und mit viel größerem Effekt. Oberhalb der Wasserlinie bringt eine Haftmine fast nichts. Und nehmen wir mal an, in dem Video könnte man wirklich erkennen, wie jemand eine Haftmine entfernt. Was man ehrlich gesagt nicht erkennen kann, selbst in einer Großaufnahme nicht. Es handelt sich doch angeblich um eine Mine, die explodieren sollte, die aber nicht explodiert ist. Ist es da ganz normal, dass man da so alle zusammen sich an Deck stellt? Lass mal schnell abnehmen, ist ja ganz harmlos, ist ja nur eine Mine, die einen Stahlmantel durchschlagen sollte. Lass mal einpacken und wieder wegfahren. Keine Sicherheitsmaßnahmen, keine Vorsicht, einfach ein bisschen amateurhaft rangegangen und die Mine abgemacht. What? Ganz ehrlich Leute, manchmal denke ich, unsere heutige Zeit ist eine Parodie der Politik früherer Zeiten. Alle erinnern sich natürlich an 2003, an Irak, als der amerikanische Außenminister vor der UNO groß verkündet hat und mit Fotos gezeigt hat, dass Saddam mit Tanklastern und mit LKWs an Massenvernichtungswaffen arbeitet und dass man deswegen einmarschieren muss. Wir hatten damals übrigens noch einen Außenminister, der halbwegs geradlinig war, Joschka Fischer. Er hat dem amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld direkt ins Gesicht gesagt, sorry, I'm not convinced, ich kann nicht rausgehen zu den Leuten und sagen, ja, toller Kriegsgrund, obwohl ich das selber nicht glaube. Und obwohl unsere Massenmedien ganz merkwürdig sachlich und ganz ohne jede Bewertung von diesem Vorfall und diesem angeblichen Beweisvideo berichten, was sie normalerweise nicht tun würden, scheint unsere Bevölkerung schon einigermaßen wach zu sein und sich gut zu erinnern. Schaut euch die Kommentare an unter Spiegel Online, sogar unter der Springer Presse bei Welt.de. 99,9% sagen, okay, wollen die Amerikaner uns schon wieder betrügen. Übrigens, solche Betrugsmaschen hat es schon viel früher in der amerikanischen Geschichte gegeben. Ein hier sehr passendes Beispiel ist der Tonkin-Vorfall vom 4. August 1964. Damals fuhren zwei amerikanische Kriegsschiffe vor der Küste Vietnams in internationalen Gewässern und wurden angeblich mit Torpedos von Nordvietnam angegriffen. Dieser Vorfall wurde entsprechend so dargestellt in der ganzen Welt. Man musste natürlich Vergeltungsschläge gegen Nordvietnam verüben und das war dann der offizielle Grund für den Kriegseintritt der Amerikaner. Es gab eine eigene Resolution in den USA, Tonkin-Resolution, und die bevollmächtigte den Präsidenten Johnson damals, alle möglichen Kriegshandlungen gegen Nordvietnam zu befehlen. 16 Jahre später, 1980, kam dann auch offiziell heraus, diesen Tonkin-Vorfall hat es niemals gegeben. Es gab niemals einen Torpedoangriff auf diese amerikanischen Schiffe. Tja, ups, kann ja mal passieren. Mich interessiert, warum veröffentlichen die Amerikaner ein solches Video mit null Aussagekraft, selbst wenn die Amerikaner nicht als Lügner bekannt wären, was sie inzwischen weltweit sind. Selbst dann hätte dieses Video überhaupt keine Aussagekraft. Selbst wenn es Iraner wären, die diese angebliche Haftmine da entfernen, so hätten sie nicht die sein müssen, die die Haftminen vorher angebracht haben. Also, es ergibt überhaupt keinen Sinn, keine Beweiskraft whatsoever. Warum veröffentlichen die Amerikaner trotzdem so ein Video? Glauben sie wirklich, die Bevölkerung im Westen oder vielleicht wenigstens in den USA sind immer noch so naiv, dass so etwas schon reicht als Kriegsgrund? Oder wenigstens als Stimmungsmache für einen weiteren Kriegsgrund, den man dann noch faken kann? Vielleicht sind wir gerade nur auf dem halben Weg zur eigentlichen False Flag Aktion, die noch kommen wird. Es kann aber auch sein, dass die amerikanische Regierung sich vollkommen irrt in der Einschätzung, was ihr eigenes Bild in der Welt ist und dass sie wirklich denken, sie können mit diesen Methoden immer noch Stimmung machen für einen Krieg. Möglicherweise sehen wir gerade, wie ein Imperium durch solche Falscheinschätzungen immer weiter zerfällt.